Weil heute schlechtes Wetter ist und ich wenig Lust darauf verspüre mit der Kamera durch den Regen zu springen, dachte ich mir machen wir mal was anderes. Ich würde euch heute mal mein EDC, mein Everyday Carry, vorstellen. Für uns Buschkrafter gehört es dazu, uns auf jeden Trip vorzubereiten und mit der Tasche bin ich quasi auf meinen Alltag vorbereitet. Ich nutze es im urbanen Bereich. Ich habe einen Bürojob, entsprechend der Inhalt. Da wird kein grobes Werkzeug oder Handschuhe drin sein. Vorn drin habe ich einen kleinen Taschenkalender und so ein Werbegeschenk mit dem ich Buch über die Benutzung habe. Das ist jetzt ein Vierteljahr im Gebrauch, so wie es ist. So im Schnitt würde ich sagen, jeden zweiten Tag brauche ich es. Ich habe es trotzdem wirklich jeden Tag dabei, wenn ich Termine habe im Messenger, wenn ich keine Termine habe, halt im Rucksack. Ein bisschen legerer. Gut, so sieht es aus. Ja, ich gehe jetzt einfach mal von links nach rechts durch. Ich habe was zu schreiben. Ein kleiner Stift, hinten eine kapazitive Fläche, mit der kann ich auf dem Tablet oder auf dem Smartphone schreiben. Vorne zwei Minen drin, eine blaue und eine schwarze, je nachdem in welche Richtung ich das Ding drehe. Bleistift. Ein wirklich häufig benutztes Papiermetermaß aus dem Baumarkt. Ich bin echt dankbar, dass die Dinger überall rumhängen. Ich habe hier eine kleine Taschenlampe drin, wenn mal irgendwo was runterkollert, irgendeine dunkle Ecke und ich suche. Die hat drei Helligkeitsstufen. Das ist eine Sunai TE5. Die ist sogar wasserdicht nach IPX-Standard. Schieß mich tot. Keine Ahnung. Macht das Zeug, ist wirklich hell. Finde ich super. Und das kleine leicht. Passt super ins EDC. Ich habe zwei Ersatzbatterien dabei. Eine kleine AAA. Eine AA, falls mal die Funk aus schlapp macht. Ich habe ein Kabelbinder. Ich mag es nicht, wenn Sachen irgendwo lose runterbammeln, irgendwelche Kabel oder so. Ich habe einen Kamm. Gut, den habe ich noch nie benutzt. Aber falls doch mal der Bart ein bisschen struppig aussehen sollte, könnte ich den durchkämmen. Ja, ich habe so ein kleines Knotenbuch. Falls mir mal langweilig ist, wenn ich irgendwo im Wartezimmer sitze oder so, hole ich mein Stück Paracord raus und den Knoten. Ja, Feuerzeug kann man irgendwann geboren, auch wenn ich nicht Raucher bin. Achja, hier drüben. Ne, die Tasche machen wir später. Mein Ladekabel. Ich bin eigentlich immer irgendwo in der Nähe von einem USB-Steckplatz. Ich brauche jetzt keine Powerbank mit mir rumschleppen. Ladekabel reicht mir. Den Spiegel habe ich tatsächlich schon in der ersten Woche gebraucht, nachdem ich mir das IDC zusammengestellt habe. Ich habe eine kleine Pinzette dabei, falls mal ein Splitter im Finger ist. Oh ja, ich habe mir einen Glassplitter vorne unter den Fingernagel geschoben. Den habe ich sich dann damit entfernen können. So, ein kleiner zusammensteckbarer Göffel. Der haben wir mal, keine Ahnung, irgendwo beim Mittagessen dabei. So, ziemlicher Liebling von mir ist mein Leatherman Wave. Die meisten von euch werden das kennen. Der Klassiker unter den Multi-Tools. Der hat eine Zange, eine normale Klinge, eine mit Wellenschliff, hat eine Säge dran, eine Feile, eine Diamantfeile, verschiedene Schraubenzieher. Eine kleine Schere ist dran. Ich habe dann auch noch hier diese, man sieht das ein bisschen vernünftig, diese Bits hier vorne, die man austauschen kann. Nutze ich wirklich häufig. Ich habe dazu auch die kompletten Bitsets von Leatherman mit verschiedenen Torx und Imbus und Kreuz, Doppelkreuz. Ja, alles dabei. So, ganz kleine, feine Feinmechaniker-Bits kann ich einspannen. Wenn mal an der Sonnenbrille sich eine Schraube gelöst hat, kriege ich die damit wieder fest. Feine Sache. Ja, jetzt ist hier schon mein Brillenputztuch ausgeportzelt. Ich trage keine Brille, aber wenn an der Kamera das Objektiv schmutzig ist, kann ich die damit reinigen. So, hinten drin habe ich außerdem noch Pflaster und in der Tüte Einweghandschuhe. Ja, die sind nicht nur dazu da, wenn ich mal jemandem Fremden helfe, um mich selbst vor irgendwelchen Infektionskrankheiten zu schützen, sondern auch schlicht und einfach, wenn ich mal irgendwas Dreckiges machen soll, weil mir gerade wirklich dreckige Finger gerade mal gar nicht reinpassen, ja, dann stilfe ich die einfach über. Gut, damit haben wir das hier hinten. Multitool kann man auch wieder beiseite legen. Kleine Ersatzspeicherkarte. Kommt bestimmt einmal im Monat vor, dass ich vergesse, dass ich irgendein Fotoshooting mache und vergesse die Speicherkarte wieder in die Kamera zu tun, die auf dem Computer steckt. Habe ich hier eine 64 GB Ersatzspeicherkarte. So, ein kleines Näheset, paar Nadeln zwirren, wenn es wirklich halten soll und paar farbliche Stricke noch. Ein paar Nägel sind mit drin und Sicherheitsnudeln. Ja, kann man immer mal gebrauchen. Hier habe ich noch das gute Panzertape. Ich habe da ein Stück, ne was ist das noch? Eine alte Kundenkarte, wahrscheinlich eine Paybackkarte, die ich sowieso nicht brauche. Die habe ich damit entwickelt. Gut, das war es quasi schon. Ich möchte noch was zu dem Schlosschen sagen, was ich dran habe. Ich habe ein kleines Zahnschloss dran. Sollte ich mich mal im öffentlichen Raum bewegen und zur Gefahr laufen, in eine allgemeine Personenkontrolle zu geraten? Habe ich keine Lust auf die Diskussion mit den Polizisten? Ist das jetzt § 42a konform oder nicht? Dann mache ich einfach das Zahnschloss zu und habe meine Ruhe. Gut. Ich habe, bevor ich mir mein Modell im Expedition EDC gekauft habe, habe ich mir ganz viele Rezensionen angeguckt, ganz viele EDC Vorstellungen, um mir Inspiration zu holen, was gehört in mein EDC. Habe mich dann hingesetzt, habe eine Excel-Tabelle gemacht und habe geguckt, was gehört da rein. Dabei hat sich für mich rauskristallisiert. Nicht alles gehört in mein daily EDC. Ich habe deshalb noch ein zweites gepackt, was auch ein bisschen dicker ist. Das ist für meine Outdoor-Abenteuer. Da ist dann noch ein Wasserfilter mit drin. Da sind ein paar Handschuhe mit drin. Kleiner Holzbohrer, Feuerstahl, ja, solche Kram. Gehört nicht in das, weil das wirklich in einem opalen E-Tag, was taugen sollte. Schleppe ich nicht sonst was drum. Sollte auch relativ flach sein. Man sieht es hier. Es passt vorne in meinen Messenger, in die kleine Tasche. Damit ist das wirklich ideal für mich. Wenn euch die Vorstellungen von meinem EDC gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Macht's gut!